Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Na das! Oh, ups, mein Bauch macht Geräusche Ich weiß, was wir spielen, wir spielen Restaurant Gute Idee, Bauch, ich meine Jonas Also, wer hat Hunger? Oh, ich, ich! Wir machen dir gern was zu essen Bin ich der Einzige, der Hunger hat? Du auch? Okay, lass uns essen! Los geht's, du wirst sehen An jedem Tag können Wunder geschehen Los, komm, sei dabei Wir lassen unsere Träume frei Was du dir auch wünschst, das wird jetzt wahr Wenn du mich brauchst, dann bin ich für dich da Los geht's, du wirst sehen Nun wird es geschehen Hallo, mein Name ist Emma Ich bin heute deine Bedienung Wir haben Jonas, Louis und Eva in der Küche Die machen dir alles, was du willst Wow, es ist Mittagszeit Also, nehmen wir am besten, ähm... Mittagessen! Aber, ich weiß nicht, was ich essen will Du zuerst Brot notiert Und für dich? Ähm, also, das Ding ist Ich weiß immer noch nicht, was ich essen will Ich brauche etwas mehr als Brot Hm, wie ein Sandwich? Uh, ja! Ein leckeres, nahrhaftes, bärenstarkes, riesiges Sandwich Mit allem Schnickschnack Ein mit allem Sandwich und eine Runde Brot Kommt sofort Okay, Chef, legen wir los Ja, Chef! Wir freuen uns so sehr aufs Essen Mein Bauch, er grummelt, es ist Essenszeit Mein Bauch, er knurrt, er macht sich bereit Es sieht lecker aus, ein Gaumenschmaus Jetzt startet gleich die Knusperzeit Mein Bauch, er brummt, er macht keinen Quatsch In meinem Bauch ein Blubbern, es macht Platsch, Platsch, Platsch Meine Augen sagen mehr Drum seid ihr bereit Bloß größer das Sandwich Eins, zwei, drei Mein Bauch, er grummelt, er freut sich sehr Mein Bauch, er knurrt, zeigt doch mal her Auf Brot wird serviert, mit Gurken garniert Jetzt wird es probiert, wird nett Ich nenne es getoastetes Teddybären-Riesen-Sandwich Oh, so gut Genug für mich Aufgepasst, das Essen ist fertig Wir haben ein Festessen Ich hab Sandwiches gemacht Wir haben sie gemacht Und ich hab Apfelschnitze gemacht Nein, wir haben sie gemacht Äh, richtig Egal, kommt essen Es klingt, als seid ihr hungrig Sind wir Und auch Teddy Er braucht einen Stuhl Ja Du hast recht Wir holen noch einen besonderen Stuhl für Teddy Was essen Teddybären eigentlich gern? Getoastete Teddybären-Riesen-Sandwiches Hier für dich Oho Ja Danke day a a a a Untertitelung des ZDF, 2020